Hallo, liebe Schnuckis, jetzt gibt es für euch Relax Your Soul. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und als letzten Beitrag fürs heutige Kurzkonzept gibt es noch den Harp Soul Blues. Und da kommt das Harp Soul Blues Einhorn mit seinen Freunden. Und da kommt das Harp Soul Blues Einhorn mit seinen Freunden. Und da kommt das Harp Soul Blues Einhorn. Und da kommt das Harp Soul Blues einhorn mit seinen Freunden. Und da kommt das Harp Soul Blues einhorn mit seinen Freunden. Ja, you got the blues, baby. Und da kommt das Harp Soul Blues einhorn mit seinen Freunden. Bleibt gesund und zu Hause. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir auf jeden Fall und Spaß hält gesund. Bitte, bitte, bleibt mal alle gesunder miteinander. Schauen wir uns noch ein bisschen den schönen Himmel an. Es kommen sicher wieder schönere Zeiten auf uns zu. Jetzt halten wir einfach alle zusammen. Ich wünsche euch alles Liebe und bis bald.